Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Bastelgarage. Heute geht es um unsere beiden neuen Palmen. Bevor es jetzt losgeht, nochmal der Hinweis. Ich habe meine Bilder vorne von den Videos neu sortiert. Und zwar bekommen alle Videos, die direkt aus der Bastelgarage sind, schaut mal hier, dieses rote Dreieck oben. Alles, was aus Garten, mit dem Pool zu tun hat oder im Haus gemacht wird, bekommt, schaut mal hier, ein blaues Dreieck, damit ihr direkt von vornherein sehen könnt, worum es sich hierbei handelt. Habt Spaß, bis gleich. Wir wollten uns südländisches Flair in den Garten holen und haben bei einem großen Internetanbieter einen passenden Lieferanten gefunden. Natürlich gab es auch zusätzlich Palmenerde und Dünger. Das sollte man schon in einem mitbestellen, damit man alles aus einer Hand hat. Als erstes müssen wir natürlich ein Loch, bzw. zwei Löcher graben, damit wir die Palmen auch unterbringen. Und hier räume ich jetzt erst einmal die Steine weg und ein Unkrautvlies wird auch weggeschnitten. So, das Loch hat jetzt einen Durchmesser von ungefähr 55-60 cm und ist 55-60 cm tief. Die zweite Palme soll hier hin. Da graben wir jetzt mal ein Loch, da wo der blaue Topf steht. So, um zu wissen, ob der Boden auch genug Feuchtigkeit durchlässt, soll man 10 Liter Wasser in dieses Loch schütten und das soll dann innerhalb von 10 Minuten, wenn es versickert ist, dann ist es gekehren, dann ist der Boden genau richtig. Wenn nicht, soll man in der Mitte ein Loch graben, damit das Wasser später sich dort sammeln kann, die Palme sich erst da holen kann. Das Problem scheint sich aber gelöst zu haben, weil innerhalb von drei Minuten war das Wasser schon weg. Also ich habe das Gefühl, dass wir eher was gegen das Weglaufen machen müssen, als das aufzuhalten. Palmen werden aus dem südlichen Spanien per Lkw nach Deutschland transportiert. Natürlich nicht so wie hier auf dem Bild von Jürgen selbst, der hinten auf dem Lkw sitzt und die Palme festhält. Das sind schon große Lkws. Wie gesagt, hier im südlichen Spanien gibt es riesige Plantagen, die speziell nur für den Palmenanbau gemacht worden sind. Man kann sich das hier mal so ein bisschen angucken. Und das Ganze erfolgt dann als Lieferung mit dem Lkw von Spanien, in unserem Fall bis in der Nähe von Leipzig. Und von Leipzig wurde es dann bis hier bei uns in der Nähe von Köln transportiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020